schönen guten abend dies soll nur eine kleine ankündigung sein und zwar wird es bis auf weiteres also ich tippe mal bis mitte juni keine live streams geben von daher noch 30 sekunden impressionen aus der minecraft welt und ich hoffe im juni sehen wir uns dann alle wieder ein alter neuer oder wie auch immer gearteter frische bis dahin viel spaß mit der planlosigkeit in klötzchenform in form des let's place bye bye